Argumente, die stammtisch Parolen zugrunde liegen, lassen sich in drei Argumentationsstrategien einteilen. Autoritär, quantitativ und paradox. Autoritäre Argumente ziehen ihre Kraft daraus, dass sie auf eine Autorität verweisen, also zum Beispiel eine berühmte Person. Quantitative Argumente wirken aufgrund einer Zahl oder einer Statistik so stark. Und paradoxe Argumente wirken deshalb so überzeugend, weil sie in sich logisch schlüssig sind, aber auf einer unlogischen Prämisse basieren. Und genau an diesen drei Punkten kann man ansetzen, um Stammtischparolen zu widerlegen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017